Ein Rebell, der mit seinen exzessiven Bühnenshows noch des Öfteren für Aufregung sorgen soll. Jerry Lee Lewis. Von Whole Lot of Shaking Going On werden nicht weniger als 1,2 Millionen Platten abgesetzt. Auch Great Walls of Fire ist ein Top-Hit. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020